In diesem Experiment zeigen wir dir, wie die Schwerkraft auf der Erde wirkt und wie man sie überwinden kann. Wenn du in die gefüllte Wasserflasche ein Loch stichst, fließt das Wasser heraus. Aber warum eigentlich? Alle Objekte oder Gegenstände ziehen andere Dinge an. Und zwar umso stärker, je mehr Masse sie besitzen. Nun sind zum Beispiel Stifte, Teller, Uhren, aber auch LKWs und Flugzeuge im Verhältnis gesehen viel zu leicht, als dass wir etwas davon mitbekommen könnten. Ein Objekt, das dafür groß genug ist, ist unsere Erde. Sie hat so viel Masse, dass sie alle anderen Gegenstände anzieht. Und das ist auch gut so. Sonst würden wir alle ziemlich schnell vom Boden abheben und ins Weltall verschwinden. Diese Erdanziehungskraft, auch Gravitation oder Fallbeschleunigung genannt, sorgt dafür, dass das Wasser aus der Wasserflasche nach unten fließt. Das Wasser fällt durch die Erdanziehungskraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit erhöht sich immer weiter, umso länger das Wasser nach unten fällt bzw. fließt. Lasse ich die Wasserflasche los, fällt sie ebenfalls. Weil sie dabei von der gleichen Erde, wie das Wasser angezogen wird, fällt sie auch genauso schnell nach unten und wird im gleichen Maße immer schneller, wie das Wasser nach unten fließt. Da sich die Flasche und das Wasser in ihr nun beide gleich schnell nach unten bewegen, fließt auch kein Wasser aus der Flasche. Damit das Wasser aus der Flasche fließen könnte, müsste das Wasser die Flasche überholen. Es bräuchte ein Objekt, das das Wasser aus irgendeinem Grund stärker anzieht als die Flasche. Dieses Objekt gibt es aber nicht. Nun möchten die Menschen natürlich trotzdem gerne ins Weltall oder auf den Mond. Wer träumt nicht davon? Leider werden wir nur zu stark von der Erde angezogen. Jene Erdanziehungskraft bzw. Fallbeschleunigung, die die Menschen, das Wasser und die Wasserflasche nach unten immer schneller werden lässt, kann überwunden werden, wenn man einfach in Richtung oben noch stärker beschleunigt. Man wird also schneller schnell, als die Erde jemanden anziehen kann. Dafür wurden Raketen erfunden. Raketen stoßen verbrannten Treibstoff als Gas. In unserem Modell tritt an dieser Stelle Wasser aus ihrem Triebwerk aus, das die Rakete in die Richtung entgegen des Gasausstoßes beschleunigt. Eine Rakete kann starten, weil sie sich mit dem Gas in einem System befindet. In so einem System bleibt der sogenannte Impuls immer gleich groß. Den Impuls kann man nicht direkt sehen. Er ist als mathematische Größe das Produkt aus Masse mal Geschwindigkeit. Stößt die Rakete nun Gas nach unten aus, würde sich der Impuls erhöhen, da sich in dem System die Geschwindigkeit des Gases erhöht. Das darf aber nicht sein, da der Impuls immer gleich groß bleibt. Also muss die Rakete ihre eigene Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung erhöhen. Da die Richtung der Geschwindigkeiten und damit der Impulse entgegengesetzt sind, heben sie sich gegenseitig auf und der Gesamtimpuls des Systems bleibt gleich. Die Rakete hebt ab. Das heißt, sie beschleunigt schneller nach oben, als die Erde sie nach unten anziehen kann. Das heißt, sie현 ist nicht so. Die Fallout 2